Auf zu Hangar 4. Warte, Wolfi. Weapons und das Snippardings. Wie? Was machen wir nochmal? Ich hab's vergessen. Bunker. Bunkermission. Mit was fliegen wir? Ich hab's auch vergessen. M2. M2. M2? Hat die irgendwas Sinnvolles? Eine Menge Platz. Die Bunkermission, die haben doch Geschütztürme, die verteidigen, oder? Nicht alle. Okay. Wir könnten natürlich... Komm, wir machen mal ein bisschen... Wir machen mal ein bisschen Roleplay. Und zwar machen wir Folgendes. Wir fliegen mit der M2... Bevor wir zum Bunker fliegen, fliegen wir irgendwo hin und laden uns ein paar Bodenfahrzeuge ein. Oder einen Panzer oder so. Und dann fahren wir mit dem Panzer, wir landen entfernt und fahren damit zum Bunker. Machen wir mal ein bisschen Roleplay. Was haltet ihr davon? Wolfi. Guck mal für dich. Oh Gott, toll. Oh, ich krieg ein Geschenk. Was kriegst du denn? Ein Päckchen. Was kriegst du denn für ein Päckchen? Ach, ihr seid noch gar nicht da. Da hinten kommt ihr. Ich stelle es dir hin. Jetzt sind wir den Letzten. Was denn für ein Päckchen? Er hat's liegen gelassen. Bring mal mit. Oder ist es weg? Okay. Zip, zap. Wolfi hat einen Rucksack. Ja, ganz einen schönen, glaube ich. Der Standard-Rucksack. Warte mal, noch sind wir da bei Lorville. Noch kann ich mir auch einen Rucksack draufpacken. Ähm, ja, ihr habt da alles gedrückt. Sehr gut, macht weiter. Wieso steht da ein Panzer drin? Oh, dann brauchen wir gar keinen holen. Auch gut. Sehr gut. Wohl, Wolfi, hast du das Ding mit einem Panzer eingelagert? Ja, ich dachte, ich habe ihn. Ach so. Äh, okay, dann gehe ich schon mal in den Panzer. So, warum ist denn die Tür zu? Immer der, der fragt. Okay. Tschüssi, Wolfi. Yay. Tatsache, hier steht ein Panzer. Sogar mit einem Skin, Wolfi, du Dekadenter. Was, der hat einen Skin? Weiß ich nicht. Das habe ich ja schon verkauft wieder oder halt weggezogen. Na, das macht ja nichts. Wenn du den Skin drauf hast, ist er drauf. Der ist erst dann wieder weg, wenn du ihn quasi, ja, wie soll man sagen? Wenn du ihn wohl... Da liegt ein Geschenk am Boden. Ich teile dann mal die Mission. Er tut das. Warte mal, wie war das nochmal mit Ü? Na ja. Mit Ü. So, Wolfi, ich stelle mal Startanfrage. Wieso ist das Ding nicht vollgetankt? Ich habe keine Ahnung. So, ich bin schon mal im Panzer drin. Wow. So, warte mal. Warum, warum hocke ich auf einmal? Die ganze Zeit ist abgehoben. Kann ich jetzt eigentlich hier rauszoomen? Geht das? Nein, das geht nicht. Super, ich kann nicht rausgucken aus dem Panzer. Also, aus dem... Oder, geht das? Warte mal. Ne, das geht nicht. Geht tatsächlich nicht. Die Kamera ist im Schiff eingedingst. Macht nichts. Wie war Flightrad EU? Wie war Flightrad EU? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was knarrt denn da so furchtbar? Das ist ein Moment der Anschluss. Also, Nihil baut im Hintergrund sein Fahrrad um. Was muss ich die aufmachen? Das wollte ich jetzt nicht. Kannst du mal die, äh, kannst du mal die vordere Luke... Warte mal, ich kann die auch aufmachen. Ähm. Oh, ich bin eh gerade beim, beim Panzer. Kannst du die vordere Luke mal aufmachen? Ich will rausgucken. Achso, jetzt geht's sowieso erstmal. Der Schalter da ist auf der anderen Seite. Er macht jetzt eh erstmal einen Quantumsprung. So wie ich das höre. Ja, das sagst du richtig. Gubeln. Ah, schön. Wo mögen wir hinfliegen? Oh, es wird eine Taglandung. Wie schön. Also Skorak, ich hab hier... Ich hab hier ne Panzerkanone und vorne ist... Na, leider ist der, der, der Kinn-Turm etwas im Weg. Wenn ich jetzt schieße, treffe ich dich dann oder schieße ich aus dem Schiff raus? Das ist da, geht's. Ich weiß nur, dass ich jetzt den Panzer umgefallen bin. Das ist okay. 20 Kilometer. Okay, der Panzer funktioniert. Ich drehe mal so ein bisschen, ist alles gut. Ob ich mal einen Testschuss abgeben soll? Was meint ihr? Willst du uns töten? Naja, ich will nur gucken, ob ich was treffe. Achtung, geht los. 3, 2, 1. Hast du, hast du ne Schadensanzeige gekriegt? Wolfi left the channel. Ne, ich bin im Panzer. Ne, wir sind im Panzer des Weges, alles gut. Also ich glaube, ich... Ich bin da gar nicht hin. Skorak, kannst du mal gucken, ob du ne Schadensan... Also ob das Schiff irgendwo aufleuchtet, wenn ich schieße? Moment, ich muss noch kurz... Passagier. Bist du bereit? Wunder, Momento... Äh... Self-State ist da. Ja, kannst schießen. Okay, Achtung, Schuss in 3, 2, 1. Ne, da ist nix. Wolfi, was machst du da hinter mir? Ne, ich sitze daneben. Ich glaube trotzdem... Den Beifahrer hat er eingeschaut. So, machen wir jetzt den Glendartu-Drop? Oder wie? Können wir das überleben? Na, du hast Mut. Wir brauchen den Panzer noch. Sind da böse Jungs? Ich glaube ja, vielleicht. Noch schießt nichts. Arm, bist du bereit, uns zu droppen? Darf ich? Wolfi, ach egal. Attacke! Wee! 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 Ja, das stimmt. Alles gut. Das Schiff ist jetzt rot. Alles gut, alles gut. Huch! Es rumpelt ein bisschen. Wir sind angekommen. Yeah! Also, du hast gerade die M2 fast gestört. Was? Durchs rausfliegen? Warum treffe ich das Ding nicht? Ich glaube, das ist gar nicht böse. Das schießt nicht auf uns. Egal, es muss weg. Ich treffe es irgendwie nicht. Ist das normal? Nö. Du schießt. Ah, jetzt habe ich getroffen. Okay, der zielt nicht genau dahin, wo das Fadenkreuz ist. Bin draußen und ich lebe noch. Oh, jetzt ist er feindlich. Ja, du auch. Ich auch? Ich mache mal den Geschützturm weg. Ha! Ich bin früher. Jetzt schon wieder nicht. Ich treffe das Ding nicht. Wieso wackelt eigentlich das ganze Schiff, wenn du schießt? Weil ich so eine gewandtische... Ach, das ist hier ein Pfeif auf diesen blöden Geschützturm. Wolfi, warum hast du mich hier eingesperrt? Ja, wo ist der Gegner? Ich sehe gar nichts. Gott, ist das diesig hier. So sehe ich denn nichts. Da ist das Schiff, oder? Ja, ja, genau. Wolfi, ich bin da auch irgendwo. Bevor du weiter in die Richtung schießt. Oh Gott, er ist am Geschütz. Ich gehe mal hinter ihn. Das ist vielleicht sinnvoll. Ja! Habe ich eigentlich eine Knarre dabei? Bin mir nicht sicher. Wolfi, was machst du? Der Skorak kommt da auch gleich. Ich würde da vor... Na gut, man könnte mich nicht töten. Tambrilnova. Da hast du in mein Paket geklaut. Was ist denn für ein Paket? Wolfi? Was denn? Da war ein Päckchen auf der Brücke. Ja, ich habe es aufgehoben und dann habe ich... Äh... Dann hast du... Äh... Drei tot. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich sind da freundliche Security Guards mit drin. Das heißt, wir schießen auf alles ist nicht die geeignete Option. Nein. Schieß nicht auf gelb. Schieß nicht auf gelb? Was meinst du mit gelb? Schwarzgelb sind die höchsten Securities. Achso. So, da kommt der Skorak. Ich... Ja, das könnte noch sein, dass wir gar nicht die abschließen können, weil nicht genug Gegner sind. Wieso? Sieben von zehn. Jaja, aber da könnte dann unauffindbar irgendwer sein. Der Skorak wurde eigentlich recht zuverlässig gefixt. Ich fahr mal runter, ja? Sub-Level. So, habt ihr alle eure MET-Pens und eure MET-Pistolen dabei, falls wer... ...zufällig in meine Schüsse rennt? Ey. Sechs von zehn. Ich habe meine Betäubungswaffe. Du hast eine Betäubungswaffe? Was ist denn eine Betäubungswaffe? Bejaht. Und irgendwie schaut es mir noch nach. Spezial-Edition aus, die ich habe. Fünf von zehn. Ich sehe nix. Oh, da vorne liegt so ein türkis-blauer, das ist erotisch. Fünf müssten noch rumlaufen hier. Ich gehe nach rechts durch. Da wird irgendwo geschossen. Da rechts ist einer. Gelb sind die... Gelb sind die guten, ne? Gelb sind die guten. Ja, gelb sind die guten. Okay. Diese rot-türkisen, das sind die bösen. Okay. Die Gewinner sind die guten dann. Okay, hier liegt türkis rum. Wie sagt man in den... Wie sagen die Profis? Rechts zwei! Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Wolfi, du bist gerade an einem Feind vorbei gerannt. Ja, ich habe ja gar keine Waffe in der Hand gehalten. Brilli, lass mich bitte leben. Wieso denn? Ich habe nur auf den geschossen, auf den der andere geschossen hat. Also, ich habe Schadensansäge gekriegt. Hä? Ich habe gar nicht in deine Richtung geschossen. Hä? Ne, das ist auch ein guter. Zwei. Ist das ein böser? Ich weiß nicht, ob das ein böser ist. Ich sehe das nicht. Der mit einem dicken... Was denn, der voraus ist ein guter. Okay, gut. Dann hätte ich ihn erschossen. Nur noch einen. Ich habe überhaupt keine... Na gut, ich habe zwei Umkippen gesehen. Oh, Schi-Steiner. Ja, der muss jetzt hin sein. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich habe keinen gesehen. Na gut, doch, ich habe so Umfall gesehen. Das ist okay. Clear all hostile. Das war auch nur die Einstiegsmission. Keine Angst. Clear all hostile. Aber wir können jetzt plündern, oder? Wir können jetzt plündern. Warte mal. Ich brauche nämlich ein paar neue Knarren. Schade, dass wir nicht auf dem PU sind. Sonst könnten wir jetzt hier... Wir sind auf dem PU. Ich meine auf dem PTU, so. Ich versuche gerade hier verkrampft an die Waffe ranzukommen. Gut. Ach, das Päckchen habe ich jetzt im Inventar, sehe ich gerade. Was hast du im Inventar? Wunderschönes Päckchen. Na ja, sehr gut. Er hat mein Päckchen geklaut. Das schöne Luminalia-Gift. Ich will die Knarre haben. Warum kann ich nicht an die Knarre ran? Ich kann nicht an die Knarre ran. Moment, ich habe eine Knarre. Gräpp. So, warte mal. Ich habe sie gerade gegräppt. So. Die Kapsel. Das ist eine schöne Knarre für dich. Welche denn? Warte mal. Die da. Aber ich habe doch eine. Eine schöne. Guck mal, die hat sogar ein Zielfernrohr. Die da. Die ist schön. Welche denn? Wieso? Was ist mit der? Wo hast du die her? Aus einer Kiste. Die ist gut. Aber die ist doch auch... Die ist gut. Nein, ich habe hier eine. Da habe ich sogar Magazine für. Ist okay. Nimm du die mal mit. Ich habe nämlich keinen Rucksack. Ich habe keinen Platz. Ich habe auch keinen Platz. So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier meine... So, das packen wir hier rein. Und das packen wir auch hier rein. Und dann packen wir stattdessen hier die Munition dahin. Ach, da hätte ich gar nicht wegpacken brauchen. Okay. So, und schon bin ich munitionstechnisch wieder ganz gut aufgestellt. Also waffentechnisch. Zeig. Joa. Kann losgehen. Wo sind wir? Gibt es hier noch was zu looten? Ne, ne? Außer die Rüstung. Ich rüsten. Die Rüstung brauchen wir nicht. Der ist auch tot. Manchmal haben die ja was Sinnvolles dabei. Äh, wie zum Beispiel Munition für... Ne, der hat nichts Sinnvolles dabei. Der hat Munition für irgendwas anderes dabei. Brauchen wir nicht. Was hast du dabei? Ne, ich will nicht den Body drecken. Ah, hier haben wir nochmal P4AR. Sehr gut. Kann ich das nicht gleich an den Anzug... Ne. Warum kann man, wenn man Sachen lootet, die nicht gleich an den Anzug packen? Ach, kann man doch. Man stellt sich nur zu blöd an. Das ist okay. Ich will gerade sagen, weil aus den Kisten rausklappt es. So. Jetzt bin ich ja sowas von ausgerüstet. Zeig. 120 Schuss für die Kiste. Jawohl. Und mit Zielfernrohr. Aha. Testschuss. Sehr gut. So. Pack die mal weg. Ich sage, pack die mal weg. Habe ich die jetzt auf dem Rücken? Äh, warum kann die... Hallo? Store. Grab. Geht's nicht auf den Rücken? Ne, irgendwie kann ich die gerade nicht aufheben. Ich bin zu blöd dafür. Ey, du dusselige Knarre. Hilfe! Hilfe! Was ist denn? Nix, die Waffe ist kaputt. Die fällt mir jetzt gerade permanent aus der Hand. Sieht das nur bei mir so aus? Ich habe jetzt eine schöne Waffe. Jetzt hat's wieder geklappt. Warte mal. Grab. So, jetzt hat's wieder geklappt. Und wie verstaut man die jetzt? R gedrückt hat. Ja, du wahrscheinlich gar nicht. Warum nicht? Ja, angst du eben. Du hast eine schöne Rüstung, das ist doch eine leichte. Ach so, deswegen. Ist natürlich ein Argument, ja. Ja, dann lasse ich die einfach in. Dann tue ich die in die... Haben wir ein Waffen-Rack in dem Schiff? Ja, das ist ja die Ding-Version. Okay. Das ist ja die Toppen-Version. Dann würde ich sagen, zurück und die nächste Mission gemacht. Wo kommen wir hier raus? Da bin ich nicht rein. Was schleppst du da mit dir rum, Wolfi? Eine Schrotflinte. Sehr gut. Sind wir jetzt eigentlich reich geworden durch die Aktion? Nein. Ja, ja. 5.000. Das ist eigentlich ein sehr cooles. Wolfi, lass die Leiche liegen. Okay, dann lasse ich sie halt. Dann gehen wir halt mit dem... Meine Waffe ist weg. Hier fliegt irgendwas rum. Ich glaube, Wolfi hat mir sie geklaut. Nein, ich habe nur eine Schrotflinte. Jetzt könnte ich natürlich diese Waffe... Kann man... Ist der Rucksack groß genug um... Nee. Ey, habe ich diese blöde Shotgun. Kann die da reinpacken? Nein, kann man natürlich nicht. So. Ich habe da Waffen. Macht denn ihr da... Ich fahre mal hoch, ja? Ich habe aber keinen Crime-Stud gekriegt dafür, dass ich... Oh, mir die Waffe innerhalb... Die Waffe... Da liegt sie doch. Da. Nee, ist meine. Ach so. Meine Waffe hat es runtergehebt müssen da. Der Aufzug. Der Sturm hat aufgehört. Naja, oder doch nicht. So, natürlich fahre ich den Panzer wieder ins Schiff rein. Mal sehen, ob das Schiff das überlebt. Hier fliegt eine Waffe an mir vorbei. Will die... Ich mach mal hier mal zu. Hat das Ding hier ein Waffenreck? Ah ja, es hat... Ja, du place doch mal. Warum kann ich die Waffe da nicht placen? Ich will die... Ich will die... Ich will... Ich will... Place... Place... Ich will die Waffe da placen. Warum geht das nicht? Oh nein, es brennt alles. Irgendwer hat das Schiff kaputt gemacht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Feuer! Droppe ich das Ding halt. Ich kann es auch nicht droppen. Super. Toll. Dann steige ich jetzt einfach, ohne es zu droppen, hier ein. Wird bestimmt auch gut klappen. So. Ich fahre jetzt an Bord, ja? Jo. Warte mal, wie fährt man das Rohr ein? Äh. Mit P? Mit P. Ja. Wie wie Pew Pew sind die Waffen. Kann man einer Licht anmachen? Ich sehe überhaupt nichts. Du hast doch Licht. Okay, mal mit Schmackes. Es klemmt. Es klemmt. So, nochmal mit Schmackes. Skorak, die Kiste will da nicht rauf. Versuch's mal hinten. Vielleicht kommst du hinten rein. Schau. Okay. Versuch's mal hinten. Alles rot. Aber wir haben so einen schönen Glendato-Drop, kann man einer hinten die Luke aufmachen? Ist die offen? Die ist schnau. Ich sehe das nicht. Es ist so finster hier. Worüber fahre ich hier gerade? Egal. Solange ich das nicht bin. Die Kiste fährt hier nicht rauf. Ich weiß auch nicht warum. Warte mal, ich habe eine Idee. Moment. Nee. Ich habe eigentlich keine Idee. Jetzt. Jetzt. Wolfi, ich kriege deinen Panzer da nicht rein. Hat da zu wenig PS. Es sieht so aus. Warte mal. Nee. Jetzt. Ich mach Vollschub. Was hat denn die Kiste? Ist die kaputt? Nee, ich glaube, das ist manchmal wirklich so, dass der Motor irgendwie das nicht so... Ich ziehe, ich ziehe. Das ist jetzt nicht so. Also bei mir kriecht er so ganz langsam die Rampe rauf. Kannst du mal versuchen, Wolfi? Versuch's mal anzuschieben. Nee. Nee, geh du mal an die... Geh du mal rein. Geh du mal rein und mach du mal. Ich stelle mich gerade zu blöd an. Vielleicht liegst du daran, dass ich noch die Knarre in der Hand habe. Keine Ahnung. Guten Tag, Wolfi. Hallo. So. Wenn nicht fliegen war so los, wird auch gehen. Wir sind schon fast kaputt. Jetzt rutscht er wieder runter. Ich geh mal an Deckung, falls die Kiste in die Luft fliegt. Dann bist du aber gestrandet. Kann sein, dass ich einen Motor ausgemacht habe, Wolfi. Jetzt rollt er wieder runter. Er holt Anlauf. Meinst du? Ich geh schon mal raus. Dann komm wieder an. Vielleicht das Steichenkurs auch. Also aktuell sieht's falsch aus. Rohr rein, Rohr raus. Fährt nicht, oder? Ja, ich geb Gas. Ich geb Gas. Ich geh mal hier weg, falls er hier gleich wie ein Korken reinschießt. Ich hab Spaß. Es sieht nicht gut aus. Skorak, heb doch mal ab und setz mal ein Stück woanders auf. Geht das? Ich mag da nicht in dieses Rohr reingucken. Genau, nimm mal Anlauf, Wolfi. Und... Ja! Gratulation! Ich würde sagen, ist drinne. Mit Verschwung! Die Treue! Wo macht man denn hier die Luke zu, in dieser Kiste? Da. Da ist ein Schaltriff drin. Wer hat eigentlich das Schiff so zerstört? Das warst du. Achso. So, hintere Luke ist zu. Vordere Luke ist zu. Ja, oder ich glaube, die vordere Luke ist kaputt. Die will nicht mehr. Warum bewege ich mich durch die Gegend? Ah, jetzt geht sie zu. Okay, alles cool. So, was machen wir jetzt? Also, du hast gesagt, das wäre die Folge-Mission. Das war eigentlich die Freischalt-Mission für die Bunker-Mission. Ah, ich weiß nur gerade nicht, wie beliebt ich bin bei der Security bin, dem ich möge. Und wo tue ich denn jetzt die Knarre hin? Ich kann ja die ganze Zeit am Anschlag mit mir rumschleppen. Warte mal, wir haben noch jemanden, dass die M2 ist. Warte mal. Ja, da sind genug Racks. Hier, das müsste da hier... Hier ist auch alles rot. Oder ist die Inventar dann geben? Das geht nicht davon. Dafür ist die zu groß. Nein, ich meine vom Schiff, das Inventar. Ah, das geht natürlich, ja. Ich versuche es hier nochmal. Aber der Gag ist, ich kann die Waffe da irgendwie nicht reinplacen aus irgendeinem Grund. Ich packe die jetzt ins Inventar vom Schiff, das ist eigentlich eine gute Idee. Ähm, Herkules, gib mir mal die Waffe hier. So, rein da. Ah, ist ja gut, auch hier oben. Geht's schon mal. Gehst du mal auf, danke. Ist wirklich etwas angeknackt, das Schiff. Der Drop hat ihm nicht gefallen. Nein. Wobei, was ich festgestellt habe, es mag daran gelegen haben, du bist wahrscheinlich in dem Augenblick vorwärts geflogen, ne? Und wenn ein Vehikel ein anderes verlässt, dann hat es erstmal die Geschwindigkeit null. Das heißt, du bist wahrscheinlich in den Panzer reingekracht, als ich rausgehobst bin. Das könnte sein. Wieso hüpfst du auf ohne Wärme aus? Der Panzer muss ein Panzer sein. Man sollte eigentlich, wenn man so einen Drop macht, nicht vorne rausfliegen, ne? Es wäre zu empfehlen. Es dürfte auch in der Realität unangenehm werden. Ne, das wollen wir ja gar nicht. Wo fliegen wir hin? Oh, Skorak mein Skorak? Äh, hier mal eine bunke Mission, wo keine freundlichen sein sollten. Und es müssten auch drei böse Türme da sein. Äh, wie machen wir hier den Power-On? Ja, Power-On. Enter Remote Turret. So, ich sitze, ich sitze unterm Kinn jetzt. Ja, heute Nacht. Nacht ist immer gut. Bis ins, da ich sehe nix. Du fliegst auf jeden Fall auf dem Rücken, so viel kann ich dir sagen. Das habe ich auch schon bemerkt. So, das Kinngeschütz ist bemannt. Ich liege auf dem Rücken und trinke ein Getränk. Das ist auch eine feine Sache. Äh, möchtest du die Mission noch teilen? Habe ich noch schon. Achso, mach mal nochmal, bitte. Jo, kommt. Accepted, ja. Ich teile. Verdammt, warte mal, musst du nochmal machen. Das funktioniert scheinbar nicht, wenn man... Wenn man, äh... Immer Remote ist. Äh, Accepted. Doch, es hat geklappt. Alles gut. Gut. Ja, wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt der Remote Turret? Da war er. So. Ich bin bereit. Das ganze Schiff backelt, wenn du passelst. Ja. Ich glaube, das kann man irgendwie ausstellen. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, hier bei diesem Waffenfeedback... Das musst aber witzigerweise du selber ausschalten. Damit du meinen Feedback nicht kriegst. Na. Huh. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Ah. Es wäre da Licht. Die sind doch alle lieb. Was willst du denn? Oder? Also, bei mir wirken die lieb. Nein. Oh, bei mir nicht. Die sind so lieb. Ich treffe nix. Ich soll ja auch mal den Dings einschalten. Schießt noch wer mit außer mir? Ich suche noch den Einschalter. Warum driften wir jetzt so komisch auf den Boden lang? Damit wir nicht getötet werden. Wie sehen unsere Schilder aus? Frag mich was, was ich weiß. Ich habe vergessen, die Monitor umzuschalten. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding treffe. Ich kriege kein Feedback. Hast du das Ding wenigstens aufgeschalten? Ja, habe ich. Bin mir nicht sicher. Treffe ich was? Oh, ich sehe was. Wie du siehst was. Ich schau raus jetzt endlich. Nach Ewigkeiten. Ich habe keine Ahnung, ob ich was treffe. Okay, jetzt haut er ab, der Skorak. Guckst du jetzt unsere Schilder? Ich habe einen Panzer. Ich würde sagen, wir nehmen den Panzer. Ja, oder? Nimmt nach nem Plan. Setz uns mal irgendwo ab. Wo wir mit dem Panzer fahren können. Panzer fahren, ja. Ja, wir sind mit dem Panzer da. Ist Sturm. Warte mal. Mach mal folgendes. Ich nehme mal die Knarre. Pack die mal hier rein. und nehme dafür die andere. So. Die jetzt aus irgendeinem Grund keine Dings mehr hat. Wo ist sie hin? Habe ich sie jetzt noch? Ja, ja. Alles gut. Sind wir gelandet? Nein, noch nicht. Aber... Wolf, wir hatten mir jetzt voll den Sitz ins Gesicht gerammt. Entschuldigung. Auf zum Panzer. Wir machen das wie das A-Team. Wir werfen den Panzer über dem Ding ab und dann... Also, wenn du hinten raus fährst, kannst du. Gott. Was ist das? Einfach da müssen wir jetzt. Wenn du hinten raus fliehst. Ja, wir sind unterwegs. Wir sind noch... Also, wir sind noch ein bisschen... Es dauert noch. Moment. Warum werden wir beschossen? Ja, wenn du noch lange machst, sind wir gleich wieder weg. Ja, flieg erst mal wieder weg. Wir sind noch dabei, in den Lift reinzugehen. Ihr seid noch nicht mal beim Panzer. Nee, wir sind noch nicht mal beim Panzer. Flieg erst mal weg. Das klingt alles nicht so gut, Skorak. Aber die Schilde halten das aus. Restricted Area. Ja, ja. So, Wolf, wie willst du fahren, oder soll ich? Besser du, weil ich bin... Besser ich, weil ich so ein guter Fahrer bin. Das ist ein Argument, Wolf. Ja, ja. Ich mach schon mal hinten auf, ja. Ich hab gerade keine Brillen auf, deswegen seh ich schlecht. Du hast... Ich hab keine Brillen auf, deswegen seh ich... Solltest du dann an die Waffen? Ich bin mir nicht sicher. Naja, solange keine freundlichen Ziele da sind, passt das doch. Wolf, hast du den Motor angelassen? Nee, ne? Nein, ich hab ausgeschaltet. Damit nix... So, Skorak gibt uns das... gibt uns das okay, wann ich die Kiste rausfahren darf, ja? Ist wirklich was offen jetzt? Doch schon, gell? Ja, ich geb euch das Signal. Ich muss mal kurz gucken. Also, hinten raus. Ja, ja, hinten raus, hinten raus. Ist hinten offen? Ich seh das nicht. Ja, ja, hinten ist offen. So, sag wann... Sag wann wir dürfen. Ja, jetzt noch nicht. Wir machen dann den Glendartu-Drop. Warum qualmt's hier drinnen so? Das war's gut. Boah, der schaut unheimlich aus. Was schießt denn dann? Wann dürfen wir? Äh... Sie sind zum Absprung freigegeben. Es geht los, Wolfi! Ja-ha! Zeig dir auch so hoch! BAM! Ja! Lebt ihr noch? Wir leben noch. Jetzt muss ich nur noch treffen, irgendwie so. Flieg, Skorak! Flieg! Geh in Deckung! Kann ich auf... Ah, ich kann's aufschalten! Na, dann schieß! Feuer! 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 Jawohl, gib ihm! Ich halt... Steh ich hier gut? Hier steh ich, glaube ich, gut, oder? Wolfi, du musst sie zerstören. Das ist der Trick. Ich seh's ja kaum. Das ist aber stabile Dinger. Ja, aber ich glaub schon, dass ich treff. Ich geh mal an den, äh, ich geh mal an den, äh, an den anderen Turm, äh, also an den Mini-Turm, ja. Ja, da bist du ja dran, warte mal. Wie kann man denn an den oberen? Ich geh mal an den... Irgendwie konnte man auch an den oberen Geschützturm ran. Oh Gott, ist hier überhaupt nix. Ich hab' den Mist, was da ist. Feuer! Ich bin mir nicht sicher, ob wir da was treppen. Also, dat ist auf jeden Fall ein Geschützturm. Siehst du da, wo ich drauf schieße? Siehst du das? Ja, ich versuch's auch da hin zu schießen. Ich glaub, ich glaub, ich hab's überhaupt treffend. Ja, hunderte später. Sag mal, wie stabil ist das? Ja, die halten echt zu viel aus. Der ist weg, glaub' ich. Oder? Ja, der Marker ist weg. Einer ist weg. Okay, dann ist noch der da. Links von uns. Ja, auf den da. Wir sagen Bescheid, wenn du zurückkommen kannst, Kuwait. Miu? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da treffe. Auf was schießt denn du, Wolfi? Ein anderer ist geschützt. Aber ich kann auch auf das schießen. Es ist so finster, ich seh gar nix. Treff ich das? Ja, ich glaub' ja, ne? Schwierig. Jetzt, oder? Nee, oder was? Du das. Ich glaub' ich treff's, aber sicher bin ich mir nicht. Es ist aber auch Stockfilz da hier drin. So, der ist weg. Kann es sein, dass der kaputt ist? Skorak, kannst du noch mal einen Überflug machen? Ich will mal sehen, ob der... Also, ich seh' hier noch, äh, drei Türme. Also, einer ist angeblich... Ja, stimmt, da sind noch drei. Na, zehn will ich... Ich will Zähler. Du machst schön gut, ja. Schönes Licht, Skorak. Schieß mal auf den Hinteruns-Wolfi. Der müsste ja relativ schnell kaputt gehen. Genau, der da. Ja, der ist kaputt. Okay, jetzt sind's noch zwei. Ich hab' noch gesagt, dass wir dann näher ran müssen, aber ich kann sich das nicht vorstellen. Und die geht langsam aus. Warte, wie viel hast du noch? Ja, die geht schon aus. Hab' ich wahrscheinlich. Du kannst nicht mehr schießen. Skorak, ich glaub', du musst... ...irgendwie so kommen. Nee, der zweite ist... Äh, warte mal, Wolfi, ich fahr' mal, äh, fahr' mal zu dem... ...es ist nur noch ein Geschützturm. Warte, Skorak, kriegen wir hin. Ich glaub' da muss ich rundherum, oder? Wie ist das? Ja, ich fahr' da mal drumherum. Ach so. Au, au, au! Was war? Nix, ich hab' nicht... Wenn ich halt in den anderen sitzen, wenn ich denke... Skorak, schießt du da gerade zurück, oder was machst du da? Ja. So schön, dass ich wirklich was treffe. Was ist das denn hier? Attacke! Huarra! Feuer! Wie schießt du denn da? Du schießt ja ganz furchtbar. Du hast wirklich keine Brille an, oder? Das wäre ich jetzt mit einer Maus steuere. Er ist kaputt. Jaaaa! Jaaaa! Hin ist er! Sieg! Du kannst landen, Skorak. Was? Wolfi, nimm den Finger vom Trigger. Oh, welch ein schöner Mond. Oh Gott. Der Mond geht auf. Bitte nicht auf uns landen. Ein riesiger Schatten ist über uns. Ja. Das hat doch super geklappt. Irgendwie. Ja. Das ist ja wie geplant. Mhm. Immerhin. Wir sind... ...alle noch am Leben und unsere Ausrüstung ist auch noch intakt. Naja. ...sagen wir mal, sie ist noch benutzbar. Das war das. Der gute Panzer. Jaaaa! Wir sind mit dem Panzer daaaa! So. Meine neue Knarre. Hihihi. Wo ist Skorak? Unterwegs. Gucke, Wolfi. Was für eine schöne Knarre ich habe. Oh, wunderbar. Eine B-Ring. Irgendwie konntest du doch den Zero-Punkt irgendwie verändern, oder? Bin mir nicht sicher. Äh. Page up, page down war es, glaube ich. Page up, page down. Stimmt. Und was bewirkt das? Naja. Die Distanz, die du hast. Ach so. Das heißt, wenn ich jetzt auf 500 stelle, treffe ich auf 500, wenn ich im Fadenkreuz bin, oder was? Genau. Okay. Aber ich denke mal... Wenn du näher dran bist, als eingestellt ist, musst du theoretisch ein bisschen tiefer zielen und umgekehrt. Du willst mir nicht erzählen, dass die Kugeln nach oben fliegen. Wenn du näher dran bist, als du eingestellt bist. Ach, als die 500. Ja, okay. Verstehe. Aber jetzt habe ich ja im Moment 0 eingestellt. Das heißt, ich müsste... Was, ich glaube, hier drin auch recht sinnvoll ist, oder? Also, ja. Auf der Distanz ist 0, glaube ich, nicht schlecht. In Schornot kann ich ihm auch die Knarre an den Kopf schmeißen. Das glaube ich nicht, dass du es kannst. So, hier drin sind nur die bösen Jungs. Dürfen nur böse Jungs sein. Na, dann gehen wir uns mal ins Gesicht schießen lassen. Kuckuck. Kuckuck. Hier ist niemand. Wir können wieder gehen. Ah, hier ist niemand. Wer ist denn das da? Da hinten sehe ich in der Bewegung. Was sagt er? Geh mal aus dem Weg. Wer ist denn da an meinem Weg hier? Du Lümmel. Da geht einer. Der schaut so verbrecherisch aus. Der schaut verbrecherisch aus. Ja, aber da liegt denn. Die Schaus will gleich hier die Schaus. Oh, mein Munition ist gleich alle. Das ist nicht gut. Also gehst du vor. Munition holen. Geh Munition holen. Genau. Vorsicht, die Russen kommen. Was sagt er? Der hat gestöhnt, weil er gestolpen ist. Genau. Wah, ich treffe ihn. Ich treffe ihn, ja. Da war ich in Deckung gegangen. Was macht er denn da? Ja, ich treffe ihn. Er hat sich am Rand verbuggt. Ich habe ihn erwischt. Ich habe noch vier Schuss. Das muss für die fünf reichen. Hier sind noch Dingens. Also hier sind noch. Ich habe Angst. In den Rücken. In den Rücken. Oh, zwei erwischt. Wo sind die anderen? Wer hat sie gesehen? Da vorne, direkt voraus, ist noch einer. Wo ist da? Da vorne ist noch einer? Ich sehe ihn nicht. Hier ist keiner. Du rätst Unfug. Da ist niemand. Der war da. Ich hatte keine Munition mehr. Ah, ich sehe ihn. Ach so. Habt ihr ihn erwischt? Ich habe ihn erwischt. Einer ist noch. Da liegt keiner. Einer geht noch. Ah, ich habe ihn. Erwischt. Clear all hostiles. Weg damit. So. Sehr gut. Wir sind jetzt sowas von effektiv heute. Was kriegen wir für den Spaß? 6.666. Skorak. Wie viel Geld hast du eigentlich jetzt mittlerweile? Nicht genug. Du müsstest von mir auch noch was gekriegt haben. Ja, habe ich gesehen. Ist angekommen. Hast du noch von jemand anders was gekriegt? Wir brauchen, wir wollen eine. Glaub nicht. Sag doch mal, wie viel du jetzt hast. Erzähl uns doch mal. Wir sind jetzt bei, was sind es? 22. 22. Da muss mehr. Wir brauchen, wie viel brauchen wir? 10 mehr. 10 mehr. Ich nehme mir hier nur die Munition von den P4ARs raus. Wenn wir S71 Munition sieht, schreie er. S-wat? S71? S71? Was ist denn S71 überhaupt? Also was ist das waffentechnisch? Das ist ein Assault rifle, glaube ich, klassifiziert. Ehe, keine Ahnung. Das ist eine Revenger Shotgun, aber die willst du bestimmt nicht haben. Nö. Ich meine S71. S71, will er. C54SMG haben wir hier. Er braucht viel zu viel Munition. Was hat er hier? Ne, er hat auch eine andere Waffe. Sieht man ja im Prinzip schon an den Waffen, was die anfühlt. Ja, also die NPCs haben es nicht. Ben ist es irgendwo in der Kiste. Ach so, okay. Ne, ich habe jetzt nur in die NPCs geguckt, weil die halt meine Waffen... Oh, eine Coda. Was ist denn eine Coda? Der Revolver. Gibt es einer von euch noch Subscriber? Nein. Das gibt im nächsten Subscriber-Ding, also jetzt im April, gibt es anscheinend so eine schicke, hier diese schicke Pistole, die aussieht, als hätte HGIGA sie entworfen. Warum kann ich da nicht looten? Weil ich da schon reingucke. Manno! Und, was ist drinne? Für mich nichts Spannendes. Na, dann gucke ich mal rein. Was ist das denn für ein Gedöns? Banta-Dum. Ja, die Pistole können wir mal mitnehmen. Ich habe gerade keine. Haben wir hier noch Munition drinne? Ja, komm. Neh mal die Pistole mit. Was ist das? Ein Holographic. Nehmen wir auch mal mit. Zack. So. Raus hier. Oh.